Hallo Leute, hallo YouTube! Bald werden ja wieder die Urne umgestellt. Aber in welche Richtung denn bitte? Vor oder zurück? Tja, wer keine Funko hat, den erkläre ich das jetzt. Man muss immer an den Sommer denken. Im Frühling muss man, um in den Sommer zu kommen, vorgehen. Nach vorne. Und im Herbst muss man, um in den Sommer zu kommen, zurückgehen. Also, Frühling, da liegt der Sommer vor uns. Und im Herbst liegt er schon zurück. Ja. Und übrigens, im Winter ist die Zeit wieder so, wie die Sonne ist. Also die Sonnenuhren und die Uhren, die wir hier im Handgelenk haben, sind wieder identisch. Und jetzt ist die ultimative Frage. Soll das abgeschafft werden, diese Zeitumstellung, zur Sommerzeit hin? Oder nicht? Das wäre jetzt noch die kleine Frage. Na gut, das war's. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch.